Er ist Bundesjustizminister, wurde zum bestangezogenen Politiker gewählt, ist Triathlet, mit der Schauspielerin Nathalie Wörner liiert und kein netter Kerl, wenn er auf sein Privatleben angesprochen wird. Das erfuhren wir von Heiko Maas in der Radio Bremen Talkshow 3 nach 9 am Freitagabend. Als Sie vor einigen Wochen, als die Nachricht kam, dass Sie zum bestangezogenen Mann Deutschlands gekürt worden sind, haben Sie da gesagt, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt? Oder haben Sie gedacht, ganz schön werden Politiker auch ganz ansehnlich aussehen? Nee, das war erstens und das ist tatsächlich wörtlich auch das, was ich gedacht und nicht nur gedacht, sondern auch gesagt habe, das hat mir jetzt wirklich gerade noch gefehlt. Und das ist ja auch ehrlich gesagt, normalerweise, ich schäme mich deshalb nicht, aber es ist in der Politik auch nicht ganz unkompliziert. Also allein der Tatsache, dass ich Maas heiße. Aber es ist ein schönes Wortspiel. Ja, aber es stimmt halt trotzdem nicht. Aber ich trage keine Maasanzüge und es ist ja eigentlich egal, welche Anzüge ich trage. Und selbst wenn ich welche tragen würde, würde ich es mit Tucholsky halten, der mal gesagt hat, lieber ein Anzug nach Maas als eine Gesinnung von der Stange. Wir sind auch Triathlet. Nicht alles, was in der Zeitung über mich steht, stimmt, aber das stimmt. Das mit dem Triathleten stimmt. Wir haben auch ehrlich gesagt, wenn Sie leider gesagt hätten, hätten wir ein Beweisfoto, dass ich Ihnen trotzdem zeigen will, es ist ein böses Foto, schauen Sie es mal an. Ich sage das auch nur, weil... Du sagst das immer böse. Also ich finde, so einen Neoprenanzug kann echt nicht jeder tragen. Selbst das steht ihm gut. Ja, äh, äh. Nach dem Juden und der Kälte schon. In den letzten Monaten sehr viel in den Schlagzeilen wegen der vielen Initiativen, die Sie ergriffen haben. Es kommt, da macht das Gefühl, Ihr Ministerium feuert praktisch jede Woche einen neuen Gesetzentwurf raus. Stimmt aber nicht. Unglaublich aktiv. Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen, sehen Sie? Also war ich doch fast nahe dran an der Weid. Aber eben auch wegen Ihrer privaten Konstellation, die Sie gerade haben. Sie aber gerne von Ihnen wissen würden, ob es Sie überrascht hat, in welchem Ausmaß die Medien daran Anteil genommen haben. Und ob es etwas gibt, von dem Sie sagen würden, diese Erfahrung wünsche ich keinem Zweiten. Die ganze Erfahrung, ehrlich gesagt. Welche Erfahrung? Also, wissen Sie, ich finde, es gibt echt in Deutschland Wichtigeres als mein Privatleben. Punkt, aus, Ende. Und gibt es nicht irgendwie in Heiko Maas eine unvornünftige Seite, die sagt, das merke ich mich und irgendwann rechnen wir ab? Doch, also, sicher. Ich habe auch so meine Liste. Weil es scheuern ist zwar nicht ganz legal, glaube ich, aber doch manchmal sehr befreiend, oder? Das kommt doch an, für wen? Für den, der scheuert. Ja, trotzdem sollte man nicht auf die Art und Weise anfangen, Konflikte zu lösen oder sein Wohlbefinden verbessern. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt auch den Justizminister wiedergefunden habe. Ganz viel Dank. Danke mal. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.